Hallo, ich will noch einen schönen guten Tag. Willkommen in das Nacht. Zeig mal, wo der Ausgang ist. Da ist der Ausgang. Die Psychiatrie, Leute. Bitte reißt euch ein Zütteln. Ihr werdet hier gefangen. Jetzt gucken die kleinen Schkuck. So, ich zeig euch jetzt mein Zimmer. Ihr dürft die ganzen Dinge einfach nicht abweiten. Passt aus. Willkommen in der A14-Beruf. Ich weise euch jetzt an mein Zimmer. Hier gibt's Drogen. Seht ihr dieses schöne Zimmer? Und passt auf, jetzt geht's los. Hier drin reden wir zwar mal in ein Duschebild. Passt auf. Hier seht ihr die wunderbare Toilette. Also ich fühle mich da ganz wohl, wenn ich da meinen Kopf waschen will. Passt auf, Leute. Erstmal mischt aus. Ja, nicht witzig. Langkommen auf den Flur und das auch leidet die Tür zu. Ja, haben wir das versucht mal auszubrechen? Ja, wir versuchen immer die ganze Zeit auszubrechen. Und das Geilste ist ja das hier. Kommt mal mit. Also irgendwie will das Fenster nicht aufgehen. Ich fühle mich da ziemlich verarscht worden. Also, hier, guck mal. Hier, krassische Scheiße, Alter. Pass nicht durch. Kriegst die Fenster nicht richtig auf. Was soll das, ja? Wir sind in der geschlossenen. Und wenn ich jetzt meine Tür zu machen. Pass auf, bin ich eingesperrt. Ich komme ja auch nicht mehr raus. Siehste, das geht nicht. Ja, dankeschön. Ich liebe euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.